Drei Tach! Tach! Tach, ihr Bananenbrote! Hier sind die Dat-Wat-Spezialisten aus dem schönen Niederrhein vom Ruhrgebiet und wir haben auch die bayerische Schwein-Saxe dabei! Tobi, der ist auch hier! Ja, aus meiner Sicht will ich das alles hier spielen, ne? Was hast du gesagt? Bananenbrote? Bananenbrote, ja! Bananenbrote, er hat gesagt. Und Vorspeise der Schwein-Saxen, oder was? News! Yes! Ja, der Tobi hat gesagt, er braucht mal wieder Unterstützung und dann haben der Kaspar und ich gesagt, ne, machen wir nicht. Wir können nicht unterstützen, können wir nicht, wir können dich ein bisschen runterziehen. Aber... Könnte ich ein bisschen reinreißen. Ja. Noch weiter in den Süden, nach Spanien oder so. Noch weiter im Süden ist ja Italien quasi, ne? Fast. Ja, dazwischen ist noch irgendwas, wie hieß denn das nochmal? Da ist ja ein Land dazwischen. Ne, Schweiz ist da noch, aber... Diese Berge da, ne? Aber da ist doch noch was anderes, wie heißt denn das nochmal? Da kommt auch der Benni her, wie hieß denn das nochmal? Königreich! Ehemaliges Deutsches Reich, oder? Ehemaliges, ehemaliges Deutsches Reich, ja genau. Deutschland Süd, ja. Königreich, Österreich, Ungarn. Haha, das ist aber weit in der Geschichte. Ihr habt jetzt! Ihr habt jetzt den Kanal gefunden, der politisch völlig unprojekt ist. Aber da müssen wir aufpassen. Sandra- Da müssen wir aufpassen, seit weinen werden die получrierten Typer schon mal verknackt? Echt? Wegen was? Was, was? Bei dem Volksverhetze. Ich hab' ich gehört. Los Leute, wählt mich. Es gibt keinen besseren als mich. Wer wurde da verknackt? Der Trump des Niederreifens. Der Trump des Niederreifens. Nein, den Schuh zieh ich mir nicht an. Dafür hat er noch zu viele richtige Haare, der Pop. Dafür hab ich noch zu viele richtige Haare und bin politisch nicht weit genug links. Ja, und deine Freunde sind zu mexikanisch. Das stimmt, der Tobi oder so. Alter, ich kann nicht mehr schießen! Der Tobi, der alte Mexikaner. Von hier aus gesehen, das ist doch alles müde, oder? Der schießt sich. Nördlicher als Deutschland gibt er nicht. Deutschland ist der Nabel der Welt. Der Norden des Nordens. Der Norden des Nordens, der Süden des Südens, der Westen des Westens, ja. Und manchmal war es sogar West und Ost gleichzeitig. Ja. Aber wo wir schon beim Osten sind, ihr wisst ja warum die Bananen krumm sind, ne? Ja, haben wir mal ab und drauf geschaut. Weil sie schon ihr Leben lang an Bogen um den Osten machen. Ja Leute, ganz wichtig, das was wir hier jetzt sehen, ist natürlich nur Spaß, ne? Kennst du den Ossi-Kompass? Ja. Der Osten, 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 Osten. Nee. Das kommt ja mit dem Blick, aber... Tschüss. Aja. Der Ossi-Kompass legt ne Bananen auf ne Mauer. Hä? Ich hab doch auf den g'schossen. Alter, wenn jetzt die Kamera laufen würde, dann könntet ihr sehen, dass ich dem Kaspar gerade mega böse Blicke zu hören habe. Böse Blicke. Böse Blicke. Böse Blicke. Böse Blicke. Ich hab den bösen Blick. Aja. Warte, die Fresse, ey. Fuck, ich kann keine Nades mehr werfen. Haha, voll daneben. Ohhhh. Ist halt so. Jetzt blitzen die da durch, ja? Die sind jetzt gleich am sporen. Achtung. Behind. Wo jetzt? Bist. Mitte. Ist durch. Wo 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 wo? In der Mitte ist keiner, den hab ich schon. Mitte rechts? Hat er schon hat er schon. Ist alles schon weg. Einer wartet noch behind. er kriegt mich man der könnte die heint unter der brücke unter der brücke ist keiner dann ist er weg der war gerade ja ist das schön für dich du ohrtunnel in der gesäßbacke ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin nicht der meine tippen pracht hier kann auf jeden fall mitteil du bist die netz hauptpeitsche des niederrhein bei uns im raum oder ja habe ich jetzt heaten die nein hallo alter scheiße da ist das spiel weg steigen cloake abgestürzt ach ne doch da ist er einmal erste ach kasper ist bei mir noch drinnen meine spiel ist aber weg ich sehe es ja auf seinem monitor warum mann da spiele ich einmal genug seitdem ja jetzt ist es auch raus das tut mir jetzt es tut mir nicht nur ein bisschen leid es tut mir tatsächlich ziemlich leid scheiße bevor du noch mal reingehst kannst du einmal du könntest einmal den laptop neu starten vielleicht hilft das immer nur beim box im internet ne mein rechner war ja nicht aber der laptop von dir ja mein laptop war es ja wo starte ich äh oben rechts ne ne da na und dann oben rechts hab grabe drüber ja und jetzt explodiert bitte nein ja genau shit da shit shit gut es sei dass sich der kasper mal für sich einen gescheiten äh rechner kauft hm mach mal einmal der noch neu starten bla 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 ich brauche einen mit dem ich rainbow spielen kann ja das würde ich tatsächlich damit wie läuft das auf deinem nicht auf meinem läuft es aber ich brauche einen der mit mir mitspielt achso ich brauche einen der mit dir mitspielt ja im team ist es halt noch mal besser haa 12 spacko aus ich habe Ich habe es fast nur gehabt. Oh, schlecht geschlossen, aber sowas von schlecht. Der arbeitet aber lange da. Ja eben, wir mussten mal einmal den Speicher komplett leeren, das war das. Ne, der ist nicht weit genug. Wie ging das denn nochmal? Falsche Taste. Falsche Taste würde ich behaupten. Rechts ist der weite Wurf. Naja. Die gucken aber gerade nicht da... Achso, da sind... Nein, das ist das Problem. Ich kann sagen, die gucken gerade nicht zum Fenster rein. Aber wir sitzen einfach bei 6 Leute auf dem... Was für Spaß. Ah, zu hoch. Kacke. Shit. Mach den weg, der nachkommt. Ah, zu spät. Ah, hab ich nicht gesehen, sorry. Ich hab nur den anderen gesehen. Tut mir leid. Mann, 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 bin ich schlecht. Boah, ich kann überhaupt nicht mehr schießen, ey. Ich habe auch schon lange nicht mehr gespielt. Ja, deutlich weniger lang als ich ja mal. Ich weiß nicht, weil ich so... Fuck, wo ist der? Ich hab jetzt zwei Wochen. Zweieinhalb fast. Was ist das? Was? Wo kam der denn her? Von oben. Von oben. Ja, richtig. Oh, ich bin wieder der Erster. Ernsthaft, das müssen wir aber noch ändern, ne? Warte, wer war noch mal auf Platz 4000? Ja, du wolltest unbedingt, dass ich mitspiele, hallo? Ja, ich hab da kein Problem mit dich. Ich nehm da mein Schicksal selbst in die Hand. Das ist schön. Das krieg ich schon hin. Ist das nice. Na, ist das, ich würde ja sagen, Anfängerglück. Aber eigentlich bin ich gar kein Anfänger. Das ist das Problem. Aber gut spielen das ganze Team jetzt nicht so. Nein, nicht richtig. Nee. Ist ja auch Bob Erster, ne? Nein. Fuck. Muss ich, Tobi, das sind drei Stück. Ja. Ah, fuck. Ja, wär egal gewesen. Mal einen Blackout. Ja, aber trotzdem hätt sich hinschmeißen können. Nein, hätte auch nichts verletzt. Ja, wohin mit der Nade. Ja, ich hätt mal ne Nade hinschmeißen sollen. Ich hab, ich hab jemand ne Nade hinschmeißen sollen. Ja, nice. Ja, seh ich, geil. Dem, äh, Thomas. Thomas 0620. Jetzt bin ich gescanned. Weiß keiner? Einer schaut auf mich. Der im Fenster unten in der Mitte schaut auf mich. Schaut mal, dass ihr den kriegt. Im Fenster unten in dem Meer? In B noch, ja. Ach so, okay. Jetzt ist einer. Er ist für uns. Ah! Tobi, andere Seite zu. Andere, ja. Genau. Hab ich. Ah, jetzt kommt der von hinten. Jetzt hat der Tobi dich abgefrühstückt. Ja, hallo. Ey, der ist einfach mal. Der ist einfach mal. 10.000 Plätze vor mir. Das hätte mich jetzt aber auch... Das habe ich aber auch nochmal Gas geben, ey. Das wäre auch peinlich geworden. Ich bin auf Platz 15.000 oder so. Und er ist auf Platz 4.000. Das wäre aber peinlich gewesen, wenn er da nicht noch einen geholt hätte. Ja, aber die 15, 25 Punkte will ich jetzt für den ersten auch noch, ne? Ja, ich weiß, aber den krieg ich von hier aus. Da, gerade deine. Fuck! Ich wäre genau in dem Moment in Deck rum. Da sind noch mehr. Der hat immer noch nicht gerafft, dass du da sitzt. Komm, der muss doch jetzt schon voll eingesteckt haben. Klatsch. Jetzt, äh. Immer noch nicht, oder was? Jetzt habe ich... Scheiß Pumpe. Scheiß Pumpe, ey. Ne, war gar keine Pumpe. Doch, was mich getötet hat, war eine Pumpe. Was ich... Ich hatte zuletzt auch die, die ich getroffen habe. Ach so. Scheiß Pumpe, Moment. Scheiß Pumpe, Moment. kin. Rechts ist einer mit Bubbeln durch. Ja. кот. Von wo schießt einer auf mich? schon eine pumpe gegen pumpen kommst du einfach nicht an nicht aus der entfernung der stadt direkt vor mir das ist auch ich habe keine chance mehr gegen die punkte aber da war auch ein ghost das film ansehen ja aber guck mal über 2000 punkte ok da stecken wir weiter ja alter habt euch so gedacht auch noch so ein scheiß Autosniper eh weil es dachte ich schon das ist ja der Sniper ist weg gut geht denn hier die Party ab? ja hier sind gar nicht so viele im Moment ich hab das Gefühl wo sind die alle? links sind ganz viele die haben auch wieder an B ne? ok konzern shit jetzt kommt einer hier unten jaja wieder mit der Pumpe ey wieder mit der fucking Pumpe ey wieder mit der fucking Pumpe ey ah jetzt holen sie mich mit der Backtower so jetzt haben wir mal alles wieder hergestellt wie es gehört so jetzt haben wir mal Alter das kann doch nicht sein Alter das kann doch nicht sein fuck naja nein da ist noch einer fuck wieder der mit der Victor ja man hey aber immer im dritten ja war schon ganz gut mhm mit 715 dritter ok ja aber ey was soll ja ich hatte 23 12 das spricht nicht für das andere Team wenn ich mit 715 und auch nicht für unser Team wenn ich mit 715 dritter geworden bin naja Alter Scheiß Heat Scheiß fucking Heat mit Bubble und Heat ey über die Brücke ich weiß es nicht ich war gar nicht mehr im Heat man der hat mich auch gekillt mit dem Heat ey echt ne warte ne war ne Pumpe noch zusätzlich zum Heat ja ich bin mal aufs Matchmaking alter gespannt spart links nach dem Sporen gleich genau der haste er ja Alter fuck wieder ein Sniper ja was halt für Nades da kommen ey äh alter was ist denn das für'n Trottl aber er hat's direkt entschuldigt äh ja ich wollt grad auch das ist halt dann der Unterschied ne ja klar das ja passiert halt schon mal ne aber wenn man sich dann entschuldigt dann ist das ok dann ist es in Ordnung oh jetzt hab ich zweimal noch ja dann find ich's ja in Ordnung aber ich mein manchmal wirfst du halt und in dem Moment läuft ein anderer los ja und dann ist es dann passiert ja gut ich stand halt mit der Bubbleshoot da drüben ich frag mich warum er werfen musste aber naja ist ja egal das passiert abhaken ja alter ab wie schlecht er geschossen hat das gibt's ja gar nicht ich mein ich hab zwar nur noch zwei Lebenspunkte aber der hat drei mal drei Sekunden eher angefangen zu schießen als ich ich hab's ich hab ihn gekriegt Junge das spricht nicht für ihn jawohl gegen den Snipe na gut auf geht's links ist eine Runde oh ja zwei behind ja aber die schauen gar nicht zu uns ne einer noch einer immer noch und Bumble wie die nade explodiert nicht wie die nade explodiert nicht fuck ja in der Mitte ist schon durch immer diese verfickten Pumpen ey dass die alle nur noch mit Pumpen spielen hab ich das Gefühl ja ja es ist mega hetzend weil sie anders nix drauf haben ja sind die denn ich lauf gerade an also ich kann im Moment nicht scannen aber wenn ich da bin scann ich ja da ist ein Sniper ah nein er kriegt ah da rechts also von dir aus links zwei jetzt kommen sie rechts und links ja jetzt hast du verkackt ja ja einer kam links runter ja ja einer links einer rechts ich glaub sogar zwei rechts alles erwischt na im Raum im Raum weggesniped im Raum vorne schon hab ich da läuft auch einer an weil der durchs Raum ja bin jetzt bei dir ist auch weg gut Vorsicht oben noch Vorsicht ja ja immer noch da immer noch da jetzt ist er weg jetzt ist er weg jetzt ist weg oh fuck ging zwei tack gut sch Oh. Ich bin auf C auf denen in ihrer Seite. Ich fühl mich hier grad sehr unwohl. Ich seh's. Ich bin auf C auf unserer Seite. Ja. Glocke. Ich hab die meisten Punkte von allen. Auch vom Gegner-Team. Mhm. Fuck, nee. Ah, scheiße. Hauptsniper, push mal. Da kommt nix mehr. Wir sind auf C. Charlie. Ey, du Spacko in dem Fenster. Wenn der raus schaut, schieß auf den. Nein, nein. Fuck. Nehmen wir zu weit. Ah, jetzt kommen wir hin. Ah, fuck. Ah, fuck. Ah. Diese Autosniper. Mhm. Bubble? Ja. Jetzt lauf ich in die Nade. Ich hab noch gekriegt. Gut. Na ja, gut. Fünf zu sechs. Das geht ja. Joi. Muss ich mal hin den Kasper wiederholen. Jo. Jo. Ich, äh, Winkler ist wieder da. User joined your channel. Hi. Hi. Hi, Benny. Oh Gott, das war ein billiges Matchmaking. Da haben wir ja mega schlecht gespielt. Geht weiter.